hallo zusammen und willkommen zu diesem video mein diesjähriges weihnachtsgeschenk ist eine neue spiegelreflexkamera und zwar die canon ae1 wer von euch jetzt denkt canon ae1 habe ich noch nie gehört was ist denn das für ein modell ja dann könnte das ganz einfach daran liegen dass diese kamera 44 jahre alt ist warum ich sie mir genau aus dem grund aber gekauft habe das erkläre ich euch mal im video ich habe mir also eine neue kamera gekauft na klar eine spiegelreflex und natürlich von canon und zwar die ae1 wer jetzt sagt die canon ae1 kenne ich überhaupt gar nicht ist die aus der neuen er serie oder von wo ist die denn überhaupt was ist das für eine serie ist es ein absc modell ist es ein vollformat modell kann ich euch sagen es ist quasi ein vollformat modell aber es ist eine analoge kamera und zwar diese kamera ist jetzt mittlerweile 44 jahre alt ich habe sie nicht so lange ich habe sie mir jetzt tatsächlich gebraucht gekauft die canon ae1 wurde gebaut von 1976 bis 1985 damit neun jahre lang die gleiche modellreihe das hat schon was zu bedeuten und in den neun jahren wurde die kamera laut hersteller laut canon über acht millionen mal verkauft damit dürfte es einer der meistverkauften spiegelreflexkameras dieser welt sein die canon ae1 war eine der ersten analogen spiegelreflexkamera die einen mikroprozessor hatten mikroprozessor heißt ohne batterie geht ja gar nichts das heißt hier vorne ist ein kleines fach da ist eine kleine batterie drin und die braucht ihr auch um damit zu fotografieren ja warum habe ich mir jetzt so eine analoge kamera gekauft ganz einfach die kameras werden immer moderner immer toller es funktioniert alles im automatikmodus die kamera nimmt ja alles ab es wird alles automatisch gemessen lassen autofokus sonst gibt es auch jede unterstützung die du dir vorstellen kannst fokus biking und so weiter und so fort das ist alles nett und du gehst los und kommst nach hause und hast 5000 fotos auf deiner speicherkarte weißt gar nicht wohin damit wenn du dran zurückdenkst denkst du ja was habe ich denn jetzt eigentlich fotografiert ich gucke mal auf die karte ja genau das ganze wollte ich ein bisschen entschleunigen und habe mir auch schon einige manuelle objektive gekauft aber nur ein manuelles objektiv habe ich jetzt irgendwie gedacht das reicht mir nicht ich gehe mal ein bisschen wieder zurück zu den basics und deshalb musste es eine analoge spiegelreflex kamera sein analog was heißt das ja analog heißt dies komplett analog für alle von euch dies nicht mehr kennen man kann dort keine speicherkarte einschieben sondern ihr braucht einen kleinbild film das ist so was hier ich packe euch das mal aus das sieht dann nämlich so aus kleinbild film die größe eines entsprechenden fotos hier auf diesem kleinen geld film kleingeld film so ein kleines geld ist ja gar nicht kostet mich fünf euro hier so ein film eines kleinbild filmes ist heute umgerechnet quasi das vollformat das heißt die größe des bildes hier drauf das finalen bildes auf dem negativ film hat die größe eines vollformat senders heute also fotos gibt es nicht auf einer speicherkarte sondern muss man hier noch entwickeln lassen das hier ist nämlich dann nur das negativ film in dem fall 36 bilder nicht 6000 nicht 5000 wie auf einer speicherkarte sondern 36 und genau das damit fing es eigentlich an dass ich gemerkt habe wenn du 36 bilder hast dann fotografierst du völlig anders du fotografierst noch bewusster du nimmst dir noch mehr zeit fürs fotografieren und natürlich die bedienung der kamera ja das ist alles komplett manuell wie gesagt die canon 1 hatte schon im mikro prozessor jetzt hier drin und sie hat auch quasi schon ein halbautomatisches programm ansonsten gibt es gar nicht viele einstellungsmöglichkeiten hier ich habe bei meiner kamera hier ein 50 mm objektiv vorne drauf und kann alle einstellungen hier vorne wie auch heute einem manuellen objektiv hier vorne vornehmen das heißt ich habe eine offen blende 18 bis blende 22 und hier vorne kann ich ganz einfach den entsprechenden fokus abstand einstellen und anfokussieren wie sehe ich das ganze hier in meinem sucher befindet sich ein sogenanntes prisma und dieses prisma verändert sich je nachdem wie ich hier mein optisches glas verändern das heißt je nachdem wie ich hier anfokussiere an meinem objektiv verändert sich die darstellung in diesem prisma das ist ziemlich lustig ich habe mal versucht euch das ganze abzufilmen und zwar habe ich hier horizontale und vertikale linien und die vertikalen linien die verändern sich zum beispiel wenn ich hier anfokussiere ihr seht ihr an dem bilderrahmen wenn ich den fokus verändern dann sind die linien nicht mehr gegeneinander verschoben sondern sie bilden eine durchgehende linie und in dem fall wäre jetzt mein objekt scharf anfokussiert das spannende gibt es kein piepton und kein jetzt ist es scharf gestellt zeichen sondern das ist wirklich alles ja das ist super oldschool und super manuell ihr seht auch schon so ein bisschen ich freue mich da auch echt über ich habe schon einige fotos gemacht hiermit schauen wir aufs zählwerk 14 fotos habe ich jetzt schon mit dem aktuellen film gemacht und werde wohl auch noch den einen oder anderen tag brauchen um den film dann voll zu haben und dann zum entwickeln zu geben ansonsten habe ich natürlich typische einstellmöglichkeiten die ihr heute auch habt und zwar habe ich die die möglichkeit meine verschlusszeit einzustellen aber auch die stelle ich nicht elektronisch ein sondern habe hier oben im wahlrad und dann stelle ich hier oben meine verschlusszeit an 250 50 eine 125 eine 30 15 und so weiter und so fort und dann habe ich die möglichkeit hier bei dieser kamera einen halbautomatischen modus zu verwenden und zwar kann mir die kamera hier den entsprechende blende vorwählen ich kann die blende auch alleine wählen dafür habe ich in der mitte hier eine anzeige auch die habe ich versucht euch mal mit einem makro objektiv aufzunehmen war gar nicht so einfach das heißt wir bleiben jetzt hier mal im manuellen modus ich habe jetzt hier meine einstellung vorgenommen mal eine 15 sekunde verschlusszeit ist ziemlich dunkel hier unten und wenn ich dann den auslöser so halb durchdrücken dann habe ich an der rechten seite eine nadel die mir vorschlägt oder anzeigt welche blende ich hier wählen sollte das finde ich schon mal eine gute hilfe eine gute orientierungshilfe und die kann ich dann einstellen und dann mein foto machen oder ich will den halbautomatischen modus in dem fall wäre es dann eine blendenautomatik so das heißt ich drücke hier vorne einmal auf aktiviere meine blendenautomatik und dann brauche ich nur noch die gewünschte verschlusszeit einstellen die ich haben möchte und dann wird meine kamera von ganz alleine hat schon zauberwerk wählt eine kamera hier die entsprechenden blende das ist ziemlich coole geschichte völlig vintage das ganze und ich habe da echt auch spaß mit wenn ich fotografiere auch so dieses transportieren des films ich zeige euch das mal ich habe oben mein transport hebel das heißt ich habe gerade ein foto gemacht muss dann jetzt den film weiter transportieren das ganze geht so und dann kann ich an fokussieren und den auslöser drücken und dann ist mein foto quasi im kasten beziehungsweise auf dem negativ jetzt haben wir ein foto mehr und ich bin mal gespannt was es bei der licht situation hier im studio so von sich gibt ihr lieben finde ich eine total geniale sache ich bin da gerne mit unterwegs ich habe sie mittlerweile jetzt auch schon die letzten male immer mit im gepäck gehabt und macht damit nebenbei auch immer mal fotos weil ich da wirklich spaß dann hat neben der normalen mit der er mit der ich fotografiere habe ich jetzt mit und fotografiere tatsächlich nebenbei damit das macht mir extrem viel spaß damit zu fotografieren mit der kamera wenn ihr euch für so eine kamera interessiert dann tja am besten bei ebay mal schauen da gibt es wirklich sehr sehr gute gebrauchte ich habe meine auch bei ebay von einer privatperson gekauft ist ja auch immer so eine geschichte kaufst du das jetzt privat kaufst das nicht privat ich habe mich angewagt ich habe um die 90 euro bezahlt und möchte mal behaupten dass ich echt ein schnäppchen damit gemacht habe meine kamera die hat alle funktion es funktioniert alles tadellos überhaupt kein problem ich habe ein 50 mm objektiv mit bei gehabt ich habe ein 28 mm objektiv mit bei gehabt und ich habe sogar noch ein tele objektiv mit bei gehabt und zwar 80 bis 200 mm dann habe ich mir bei gehabt noch ein griff ist kein batterie griff sondern ist ein transportgriff da kommen doppel batterien rein vier stück dann kann ich das ganze unter meine kamera schrauben und dann entfällt quasi dass mich das manuelle aufziehen hier vom film und ich kann quasi ja wie heute eine serienaufnahme damit machen ist auch eine coole funktion habe ich bis jetzt so noch nicht genutzt weil ich habe wirklich spaß daran den film noch selbst zu transportieren selbst auf zu aufzudrehen und dann zu fotografieren macht mir mehr spaß aber ich werde das mit sicherheit auch mal probieren was ich genial fand an meiner kamera dass ich die original ich muss wurde gekauft am 31 10 1981 ist also ein gutes modell aus dem mittelfeld und es ist alles mit dabei original bedienungsanleitung ist bei mir noch mit bei alle bedienungsanleitungen für die einzelnen objektive sind auch mit bei auch hier das original die sind aus wie außen wie aus mal gepellt also als wirklich wie gerade gekauft ich bin echt begeistert von ich meine wer hebt seine sachen so lange auf und dann sehen die so aus also die kamera war wirklich in sehr sehr guten händen merkt man auch am allgemein zustand und ich denke auch dass ich da noch spaß dran haben werde und was sie auch noch genial fand es waren filter mit dabei und zwar hoja filter habe ich so lange schon lange lange schon nicht mehr gesehen sind noch die alten logos auch mit drauf hier auch hammer und hoja genial also ich habe schon überlegt ob ich die mal anschreibe vielleicht haben die interesse da das ganze in ihrem vielleicht haben ein werkseigenes museum mit aufzunehmen genial ein uv filter ist mit bei war ja damals ganz wichtig bei den analogen objektiven heute ja nicht mehr aber es ist nur v filter mit bei und auch hier noch mal ein orange filter auch damals immer gern gesehen und immer gern mitgenommen ja ihr lieben das ist jetzt also meine kamera meine ist jetzt nicht ganz 44 jahre alt aber sie wurde ja vor 44 jahren das erste mal auf den markt gemacht seitdem hat sich an diesem modell auch nichts geändert und deswegen kann man schon sagen ja eine kamera analoge kamera 44 jahre alt ihr lieben wenn ihr sowas kaufen wollt gut erhaltene kameras gibt es um die 100 euro solltet ihr vielleicht mal darüber nachdenken wenn er alles anders habt ihr habt eine super moderne kamera und sagt mensch das ist alles toll aber ich möchte mal wieder so die grundlagen auch der fotografie mich rantasten ich möchte mal wieder erlernen dann kann ich euch nur raten heute holt euch eine analoge kamera da werdet ihr viel viel spaß mit haben und keine angst die filme könnt ihr auch heute noch entwickeln lassen preis für ein film er ist unterschiedlich also für ein na sagt man schnell für für das negativ hier für ein kleinbild film kommt man schon gar nicht mehr auf den namen heute ein kleinbild film kostet zwischen sechs und acht euro je nachdem gibt es in unterschiedlichen iso werden nicht nur heute einstellen sondern da müsst ihr vorher gucken was braucht ihr für ein iso iso 200 ist gängig iso 400 ist gängig habe ich auch hier habe mir extra auch noch mal einen schwarz weiß film geholt müsst ihr auch daran denken die filme gibt es in farbe und schwarz weiß könnt ihr nachher nicht einfach auf dem display sagen hey jetzt möchte ich das foto gerne in schwarz weiß haben und dann könnt ihr das ganze zum entwickeln geben ich weiß die drogerie in unserer nächst größeren stadt die bietet diesen service noch an können ganz normal wie ihr das vielleicht von früher noch kennt in so ein tütchen hier den kleinbild film rein machen dann wird das ganze entwickelt und dann bekommt ihr nach einer woche anderthalb wochen eure fertigen fotos heute kann man sie gleich auch digitalisieren lassen würde ich euch vielleicht auch empfehlen dass ihr das ganze gleich als jpeg noch auf einer cd habt und dann habt ihr hoffentlich schöne fotoergebnisse ich bin jetzt auch gespannt die ersten fotos habe ich jetzt auch schon zum entwickeln gegeben und bin wirklich mal auf die ergebnisse gespannt weil es ist ja nicht heute wie der digitalen fotografie dass du sagen kannst mensch gucke ich mir an lösche ich lösche ich lösche ich muss ich vielleicht noch eine belichtungskorrektur vornehmen sondern ist schon ein bisschen zur überraschung da hast du alles richtig eingestellt und wie sieht nachher das foto aus tja ich bin gespannt auf meine ersten fotos freue mich wirklich wie ein kleines kind hier über diese analoge kamera und wer wirklich so ein bisschen in die analoge fotografie einsteigen will zum beispiel hier guckt euch mal an canon ae1 ihr lieben vielleicht habt ihr auch noch eine analoge kamera und rumliegen und benutzt sie vielleicht auch noch dann schreibt mir doch mal gerne in die kommentare mit welcher kamera ihr noch fotografiert ansonsten wenn euch die kleine vorstellung der kleine exkurs in die analoge fotografie der 80er jahre hier gefallen hat dann lasst mir fürs video gerne daumen hoch da und wenn uns künftig in einem meiner neuen videos wieder sehen wollen dann abonniert doch gerne meinen kanal in diesem sinne bis dahin bis zum nächsten mal